Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 48. Spieltag mit den Predictions der 10. DEL 2, Saison 20-23-23. Los geht's, alle Spieler live bei SpracheTV. Heute um 17 Uhr. EV Landshut. EV Landshut gewinnt gegen Krefeldes. Pinguiner 3-1. Eisbären, Regensburg und da liegen selber Wölfe 1-2. Dann Lausitzer Füchse gewinnen gegen Dresden-Heißlöwen 3-2 nach Overtan. Die Heilbronner Falken schlagen die Ravensburg Tower Stars 6-2. Die Bayreuth Tigers gegen die Kassel Huskies 1-6 für die Kassel Huskies. Herzlichen Glückwunsch. Und um 18.30 Uhr EZ Bad Nauheim unterlegt ESV Kaufbeuren 2-3 nach Overtan. Und ERC Freiburg gewinnt gegen Eispiraten Kimmichau 2-1. So das war's vom 48. Spieltag mit den Predictions der 10. DEL 2, Saison 20-23-23. Und die Predictions so lassen, like the last number of the good hockey. Ciao.